hi und willkommen bei namen ist dann die röp und spielgrüße euch zurück zu let's play star von survivor nicht wollen oder wie man sieht in diesem blöden droiden geschafft zu erledigen und ja alles was ich gemacht habe ich habe ich bin von der anderen seite hierhin gekommen und habe den dann überrascht weil er rennt immer in diese blöde höhle ein wenn der wenn wir den entdeckt haben und ja ich habe einfach ich bin einfach von hier gekommen und der ist mir entgegen gekommen und dann habe ich den abgemetzelt diesmal hat es geklappt dann ist mir aufgefallen hier ich habe verpasst jetzt noch was schönes voll übersehen so eine kleine truhe in dieser höhe gott also wir jetzt hier glaube ich fertig in dem gebeten ich habe jetzt 18 ok ich glaube ich hatte 16 vorher datei ist der schrottsammler druiden die 10 auch als als sammel objekte ich wollte jetzt nicht unterbrechen da ist also selbst wenn ich einen von ihnen immer sehe und ich vergesse oder läuft die ganze zeit rum dann kann ich einfach karte gucken da steht auch sammlungsobjekte fehlt hier um die 10 als sammlungsobjekt das heißt gut das ist dann was dann übersichtlich genug ne so gut gehen wir rein uns aus irgendwie habe ich es geschafft hier ja ap zu verlieren gegen diese blöden vögel so ein bisschen erfahrungspunkte habe ich gesammelt jetzt nicht viel so nur nebenbei weil ich muss ja man diese sturmtruppe da vorbei und zu gelangen und ja wir haben ein bisschen erfahrungspunkte angesammelt die wieder verloren gehen können weil das spiel und wir von am backen ist und ja so wir haben diesen weg ja freigeschaltet beim letzten mal mein kontroller sind die blöden wenn ich da durch gehe und man war wie mein lichtschwert hier so aussieht wie sieht ein sorgsam aus da habe ich meine farbe von einem lichtschwert an geile vielleicht mal die andere seite man sieht man schlecht aus hier haben die einfach als beim ersten versuch die beine das ist ja so ein bürger vogel nämlich wieder one shot wenn ich auf wasser sind mehrere vögel ja weil das jetzt hier irgendwie ist da nichts jetzt wenn ich mal gespannt sind meine erfahrungspunkte wieder weg oder oh mein gott ich verstehe nicht warum die so viel schaden machen von allen viechern ja voll irre nein da wollte ich nicht von den an wie sie an jetzt schon wieder zwei stempacks wegen diesen blöden die hatten diese dinger da von mir fern wenn man sagt mir ich soll ja nicht hätten hm ja nun w ist ja nix da muss da irgendwann sein dass er einzig ort der sich jetzt ja aufgetun hat man muss dann irgendwie drehen also hier kann ich auch ich dachte wir haben so viel hier gewesen so das müsste aber echt auf screen hier so ein bisschen gründen einfach nur da kommen wir niemals leben durch ich meine wenn ich selber einen fehler machen und weil die erfahrungspunkte dadurch kein problem aber wenn das spiel irgendwie am glitschen ist und mir irgendwie meine erfahrungspunkte wegnehmen doch wo mir die zustehen dann sehe ich das ja mal gar nicht ein wie gesagt ich weiß nicht ob das vielleicht irgendwie eine funktion von jedi großmeister ist oder so aber entscheidend ab und zu zu passieren von daher nehme ich mal an mich ich finde es jedenfalls nicht nett wie gesagt rein ich glaube nicht sagen jetzt hier ein spiel so sehr vereinfacht ich meine ja aber nicht so was ich machen wollte jetzt irgendwie meine macht zu erhöhen also meine macht fähigkeiten stärker machen ich die sehr viel öfter benutzten aber ja so licht schwert sachen und so weiß ich jetzt nicht super ja da komme ich da zurück aber will ich nicht da richtig ja schon wieder einen optionalen weg wird hier so versteckt war man scheint nicht oder vielleicht doch kann ich ins geldpunkt bekommen wieder wegzumachen hatte ich in einem verloren ab letztens wo ich habe ja noch nicht machen und stärkungen neuer bonus war es hat mehr p lebensregeneration das ist nicht schlecht ich glaube nicht dass irgendwie so viel tun wert für einen kampf ne ja ich weiß doch schon jemand das weiß ich auch nicht ja es könnte schlimmer sein jemand könnte ich da von der klippe stoßen oder so wenn ich mein komm schon das spiel hat mir auch von servieter ja angeboten ja jetzt bin ich ja genau ich musste es tun das spiel bietet mir solche sachen einfach an die vier rund um die anlage sind ziemlich aggressiv die man auch dicke schaden und imperiale patrouillen machen ist auch nicht besser aber noch so ein ding ich stelle mir vor wie er hat so durch die nasenlöcher hier so ein saugt verwirren große fauna das könnte praktisch sein na ob das funktionieren wird ich vergesse immer dass ich das kann habe ich mal abmacht da stand an l1 und kreis erst mal block anzeige 3 ich habe ich denke mal meine mehre ich will keine antwort darauf ich hoffe es doch schmeißt nur solche sachen in den raum das heißt nicht ich will direkt eine antwort auf haben und so vielleicht kann er uns aber auch helfen aber soll ich jetzt ausprobieren r1 und kreis ich habe noch gar nichts gemacht kollegen ja allgemein von umfälle die gehen sofort auf mich los jetzt geht er auf die los ich kriege aber keine abfragenspunkte dafür auch was war eh nie an ich dachte wir werden freunde oh mein gott wie erwähnt was ja dieses dinger gespannt aber gar nicht ja klar bleibt mal ja so stehen ok wird gemacht spielt perfekt ich weiß nicht ob ich da aber sehr oft machen will einfach nur weil ich keine erfahrungspunkte bekommen bin natürlich für mich erledigt macht den kampf hat nur einfacher ne taktisch hatte ich schon ich bin schon ich hab da schon taktisch gehabt aber hat hier eine hier hatte ich steht immer noch bin ich übrigens der einzige der irgendwie mochte hat irgendwie die jetzt irgendwie ja ich fand obi vans design voll geil als der hier klontruppler rüstungen an hatte das ist ja noch general war eine armee damit so eine klontruppler rüstung da als jede rumgelaufen ist ich fand da voll stylisch aus und da finde ich auch uns ich wollte das wort online sei in die auto fabrik sind ja die geht es auch mit so mit so meiner lorienischen rüstung und so rumgelaufen oder auch so klon ähnlichen klamotten seien auch so ein bisschen aus wie so klontruppler rüstung wenn ich mich nicht erinnere oder denke ich da gerade mal anders also jede mit seiner klontruppler rüstung finde ich sieht voll stylisch aus und dann noch darüber so ein umhang oder so ne war ja in die auto fabrik glaube ich ne hat es also super stylisch aus deswegen will ich auch irgendwie so ein bisschen so aussehen also mit so ein bisschen rüstung in nights of the art public da gab es immer so eine so eine rüstung die sah so ein bisschen aus wie die rüstung so von von django fett aber da war keine rüstung oder da war eine rüstung aber mit der konnte man weil nights of the art public also den einzelspieler titel da konnte man da konnte man keine macht kräfte einsetzen wenn man in der rüstung getragen hat war halt nämlich man viel zu überfahren ist weil du kannst irgendwie vor die dicke rüstung anziehen und dann kannst du auch irgendwie so macht bettung was weiß ich nicht alles einsetzen da ist glaube ich ein bisschen überpowered irgendwie so auszugleichen hat so gemacht hat man da hat man hier nur roben oder kleidung tragen konnte wenn man macht fähigkeiten einsetzen will okay was soll ich denn noch sagen ich dachte nein du hast nicht kommt die junge aus du hast eine bedrohung erkannt und reagiert hätte der orden schneller reagiert gäbe es die republik noch das imperium die haxion brot die halbe galaxis will unseren tod die chancen stehen gegen uns aber sie werden immer gegen uns stehen du wirst dich nicht aus jeder situation freikämpfen können verstehst du das das ist nicht die zeit verkämpfe sehr cool ich kann es geleiten ok cool das tempo gefällt mir schon besser hat steuern ok also ja ich will irgendwie auch so eine rüstung irgendwie zu tragen sondern jede mit der rüstung finde ich voll geil bei nahezu auf dem rock ja doch nichts auf die auto public ging das nicht weil die mussten ja irgendwie dafür kompensieren und hat sich mit den dicksten rüstungen herumlaufen dann noch mal gemacht wird sie ja durch die gegend werfen deswegen muss es halt entweder kleidung oder oben tragen die rüstung wie ich immer gerne getragen hat da war so eine rüstung sieht ein bisschen so aus wie die von wie die rüstung von django fett so eine bootleg version davon und die hatte irgendwie die die hatte irgendwie dem vorteil dass die irgendwie nicht als rüstung gezählt hat sondern irgendwie auch als kleidung und sie hat so ein bisschen verteidigung gegeben aber war immer noch eine kleidung also die war kein zielte nicht als rüstung hat die super gut gemacht aber ich habe ich nicht gesehen wenn ich näher angehen dann treppchen ich kann hoffentlich keine fliegen oder gleiten naja so jede mit einer rüstung fand ich halt klasse sollte mehr von geben sehen voll stylisch aus darin ich weiß auch ich habe immer irgendwie gerne irgendwie so ein als irgendwie je die neid gespielt habe und ja auch alle möglichen charaktere gesteuert da wollte ich eigentlich also ich mir parieren ein bisschen angewöhnen soll ja er kann da rein laufen ist cool in die wien hat konzern viel da gab es ein multiplayer modus und jedes mal wenn irgendwie konnte haben mehr oder weniger jeden charakter in der story spielen egal ob da irgendwie weil ich so so ein sturmtruppler war oder irgendwie so ein random alien oder irgendwie so was kann du konzern alle möglichen charaktere schon irgendwie so einen normalen piloten von der republik oder irgendwie so hat ich bin glaube ich immer so als pilot umgelaufen weiß ich bin also als republikanischer pilot umgelaufen oder als so ein sturmtruppler war so ein sturmtruppler mit sonnen lichtschwert sieht auch cool aus finde ich jedenfalls so muss ich mal ihr meditieren ich habe gar nichts an die und so verloren egal nicht so ein level up abholen von den viechern jetzt welche schlechte ein position als freund eigentlich nein boah meint sie was etwas darüber der sagt mir die ganze zeit so da weiß bestimmt was man damit machen kann oder ja immer nein ich da lang da habe ich befreit ob er nicht auf mich los ich hätte es in ein vogel von 15 15 immer ganz am fang des spiels trifft man sich irgendwie vorbeischleichen will muss da kommt man jetzt wieder daheim ja wenn man sich an dem vorbeischleicht will dann macht er so oder so auf dann fängt auf einmal dieser heilige musik anzuspielen es war dagegen wird man irgendwie gegen den gott kämpfen oder so und natürlich sah ein bisschen so aus da war auch irgendwann später im boss dann nicht glaube ich mal so dass da was irgendwie komme ich da nicht hin reich da ja oh gott weil einfach nicht auf muss ich noch lang da komme ich zurück von da bin ich gekommen da hat sich da jetzt was neues aufgetan ich glaube ja also bestimmt jetzt hat ich lange das ding hier drin fest das ist aussieht kann diese seltsame materie hier unterschiedliche form annehmen er hat mich heruntergeschmissen dass wir im turm der anlage ein paar antworten finden stimmt so ein solcher belaubt wenn ich mal langsam bin wir gerne ein kassieren da ich dann auch behalten würde jetzt bin ich wieder hier da ist da nicht runterspringen soll ich doch hochgehen sollen irgendwo ich bin auf jeden fall irgendwo hier richtig sonst hätte er ja nichts irgendwie so gesagt okay gibt es da hin hier geht es lange davon der perspektive nicht so aus als könnte man darum geht und ich jetzt ganz ehrlich sein darf was da drinne jäger passt überhaupt nicht so die klamotten also bahn outfit eigentlich was ich bitte mich schwer wenn jemand gesehen ich soll nicht dahin lenken nehme ich an er geht nach ich habe ein fähigkeitspunkt nämlich kollege ich noch zwei gegner übrig habe ich habe die ganache zurückgeworfen ja ich kann auch passieren weiß was ich pariert aber abkürzung ja geile abkürzung sobald ich dir öfter sind der gegner da wissen andere wie ich jetzt ich habe doch gerade interessiert kollege wo ist das ist natürlich hat er untergefallen aber okay ist weg hat seine sachen gepackt ist nach hause gegangen gibt es doch nicht ich habe ich habe ich extra gecharmt dass du für mich kämpft und so ne sie sollte sich das vielleicht mal ansehen da ist sie sagt die ganze zeit sogar sie ich weiß gar nicht wer da ist dann immer schon getroffen habe weil ich eigentlich schon treffen sollen ich bin ehrlich gesagt wahrscheinlich noch so wenig bosse gekämpft habe ich bin auch so irgendwie so ein fein von 16 modus irgendwie wenn irgendwie so eine in so eine story danschen reingehst da hat alle zwei minuten wie ein mini boss kommt oder so irgendwie schon so gewohnt so ich frage welchen nein da brauche ich nicht okay open irgendwas was ich habe dann schon bd keine sorge so ein bällchen finden glaube ich wofür nicht so bällchen auf gut glück da kann ich nirgendwo ein laufende ich glaube nicht ok man übersehe ich schon wieder ja okay ich sehe schon okay ich war jetzt immer da man die von voll weiten irgendwie schon ja annehmen kann ich denke wir uns irgendwie direkt vor denen sein oder so wieder funktioniert wie sie es kann man er sagt nicht ist das nicht der name der jedi oder so ja ich habe schon gedacht hatte ich da nicht doch die anlage findet noch jemand interessant das ist unser letzter hat wenn es den schlüssel nach tennalor wirklich gibt muss er hier sein und was sie vielleicht doch eine schraube locker aber erst noch mal sehen jetzt noch mal sie charakter gibt es irgendwo charakter oder so hat einmal wenn ich irgendwie eine mal wenn ich irgendwie so nacken will ja du bist sie angeblich kann ich irgendwas mit meinen datenbänken bei der machen aber irgendwie noch nicht das war fähigkeiten ich wollte überleben haben wir glaube ich alles schon so nennen wir brauchen blockanzeige fühlt sich schneller ok als maximale machte wird sich das jetzt sage ich auch nicht schlecht größeres festhalten längeres festhalten so man kann die sich ja auch hier so anzeigen lassen da wäre eigentlich nicht schlecht ne ich dachte ob ich daran denke in der story ich weiß nicht machen hat ja mehr macht aber nicht mehr macht aber dann kann ich nicht mehr macht einsetzen ich sehe meine machte anzeige nicht damit dass ich dann unterschied sehen würde aber ich habe sagt gleich im boss schlüsselnach tenor war weggeschlossen seit jahrhunderten schon als würde die anlage hochfahren zeit für ein paar antworten das ist ja ein raum wo ich letztens war auch finden wir jetzt hier irgendwie habe ich im trailer gesehen damals habe ich so eine person die irgendwo so drin war gefangen ja ich habe alles sagt ne ich weiß übrigens nicht was mit dieser person auf sich hat ne kann man im trailer damals glaube ich gesehen das ist wundervoll für die nächste welt die wir entdecken lasse ich euch nicht den namen aussuchen wartet ab mich mochte die anfangs auch nicht besonders noch ist das urteil nicht gefällt es ist kaum zu glauben dass ich dieses paradies auf der anderen seite des abyss verbarg kommt mit ich möchte euch etwas zeigen der große jedi ritter degen garra bietet sich mir als führer in unkartografierten welten ab wie könnte ich das ablehnen ohne eure hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt oh seid vorsichtig sonst denkt noch jemand ihr hätte demut gelernt ja keine karte aufrufen aber wir sind ja in der vergangenheit ich glaube nicht dass es irgendwie was zum erkunden gibt also ich dachte er lag jetzt echt die macht ist stark hier genau wie ich euch sagte wir bauen den tempel hier ja und versuchen unter zu laufen ich bin ganz eurer meinung ich auch ich bin auch voll eurer meinung bauen wir einen wunderschönen tempel ich bin zu breit für diesen pass ja perfekt ich habe die galaxis gesehen santari und es gibt viele welten die das licht der jedi nicht erreicht ich werde den hohen rat bitten hier initianten ausbilden zu dürfen auf tenner aber der planet ist nur schwer zugänglich was ist wenn etwas schief läuft unser tempel wird eine bastion für den orden sein hier an der grenze der galaxis der abyss blockiert funksignale überhaupt nicht böse aus seit der typ der da drin ist der tube diese fähigkeit von kass schon ein bisschen überpower er kann das zu wissen von alles und jeden irgendwie erfahrt stunden da drin ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen urteile bekannt schon gar nicht meister und sie ist ein duell mit dem gender war schneller zu ende ihr habt gesiegt habt geduld keine meiner stärken wenn ihr jünglinge ausbilden wollt solltet ihr es lernen ich habe vertrauen in euch genau wie der rat vertraut ihnen dass sie das richtige tun was habt ihr wir werden angegriffen von wem du bist nicht hier weil du hast hier nichts verloren lass mich frei okay das war creepy das war der butterfly effekt ersten kutscher ein addition to my collection wer seid ihr ich habe euch gesehen ich bin keller keller kestos und ihr müsst da gegen gera sein ja der bin ich ihr seid ein jedi ja aber seit eurem weggang sind die dinge anders ein sithlord hat die republik korrumpiert und zu einem imperium gemacht der orden ist zerstört sie jagen alle von uns die noch übrig sind aber ihr seid jetzt hier können sie bekämpfen gemeinsam ihr seht ein bisschen abend daran aus also ich weiß nicht ob er in der verfassung ist zu kämpfen obwohl dieser bizeps und ich sage jetzt schon der typ ist böse oder wird böse ich sag's jetzt schon ich will keine antwort darauf haben ich sag's nur ja ich bin zurück der orden ist vernichtet ich muss zurück nach ternelor es ist doch passiert wie seid ihr hierher gekommen wir wurden angegriffen ich habe sie so lange auf distanz gehalten wie ich konnte aber es waren zu viele eine fürchterliche schlacht doch wir wurden nicht besiegt noch nicht bis der rat der jedi den befehl gab tennelor aufzugeben und dann einen gegenangriff verweigerte sie haben es aufgegeben ja es war meine entdeckung meine heimat und sie haben verlangt sie einfach wegzuwerfen ich habe den gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten vertrauten ja ok sie sagt es bräuchte ich keine antwort ja hat ging sehr viel schnell als gedacht hätte aber dann machen wir den einnahmigen banditen ja noch mal eine einwändigen banditen ja schnell kalt hier verschwendet energie ich bin noch gar nicht auf angreifen ich bin noch blocken immer zu schnell ist mich gerade mit einem stumpfen armen ja gemacht schub irgendwas sagt mir ich muss ja nicht gewinnen nein woher sieht eigentlich schon ein bisschen wirklich aus ja ich möchte mich nie damit ich meine nur einer sind die gegner mich dauert am parier ja auch hier cool story bro sehr mühsam ich habe eigentlich von oben gedrückt ich war nicht so schlecht fand ich jetzt gerade hoffentlich dauert das nicht so lange wie wird der neunten schwester hey die greifen immer schneller an als ich jetzt hat er mich mal getroffen dann parier ich den und dann bringt auch nichts ich weiß dass noch so ein heil ding ich weiß das ich weiß es ernst ich weiß es ist du hast einen die sieht es ist ich weiß dasShell aber ich bin doch löst heiming wir machen ich eigentlich hier so ein einarmiger jedi fällig das muss ich mal geben du weißt nichts über die macht ich weiß gar nicht ob das auch mehr schaden macht in der ausdauer von dem er macht dann doch mal mein gott wenn so was man tot ich weiß irgendwie nicht wie man nicht schreckt wofür abwehrt dem so wenig schaden ich mache sogar damit wertschaden als mit meinen dreieck ange das ist eine frage zeit bis ich tot bin ich habe eigentlich geblockt ok also ein paar versuche noch nein dann kriegen wir den schaden keine sorge ich fand das war besser als beim letzten mal ich weiß es nicht oh mein gott oh mein gott einfach noch da wird auf jeden fall nichts weil wir die mich am parieren sind hier seid unterlegen heimat hat ok ich wollte schon sagen ich bin überlegen die klappe das ist der einzige mal nehme ich in dem schaden mache ich mache denn nur schauen wenn ich denn irgendwie die block anzeige senke hier verschwendet energie das mal aufhören nämlich zu wissen werde ich los geht nach oben ein geraden ich habe mich auch den tag bereuen die hälfte schaffe ich so von dem naja sagt anfänger was also sagen ich wagen der lebbare stärke wieso war ich ausweiche ich habe nicht so dicke ausweich ausdauer leiste sowie dohne da ich habe den pariert und dann präte nach den angriff das mal haben wir den kommen war es das komm her stadt in die fresse ja ich glaube dieses mal anbelingen kommen ja ich werde mich gibt es dann hat er mich gekauft ist ihr wagt es euch gegen mich zu stellen ich bin nicht nur wir sind noch übrig ich hätte wissen müssen dass du deinen schwur hält was okay zur gegenwart ich verstehe weil aus der vergangenheit kommen wir jetzt in der gegenwart ist das doch diese diese heilflüssigkeit zum bacta tank ist er ja da war ja in so einem bacta tank ja der kampf hat jetzt in sich für punkte habe ich ein ok wo ich gerne aufrunden fallene jede gott weil ich habe ich werde versucht war der dritte vierte man gaben weniger gebraucht als damals mit der mit der neunten schwester da geht es lang so cool ich meine strahl soll uns sagen da ist kanalor vielleicht was sollte uns näher bringen aber es hat unseren orten nur gespalten der rat mag euch aufgegeben haben aber ich weiß wer ihr wirklich seid tagge aber ja sowas von klart der typ böse ist eine blasse hautfarbe und sohle jetzt so sehr an ihn geglaubt wo wir sie nicht sehen wir der dunklen seite verführt und für punkte ich jetzt ja gerade kanalor sollte uns näher bringen aber es hat unseren orten nur gespalten der rat mag euch aufgegeben haben aber ich weiß wenn wir da noch mal abgeschwirt das war sonst auch nicht so nett selbst es vergessen hat okay weil ich schon sagen wenn ich jetzt schon wieder fahrungsmonte kriegt naja ich dachte super abuse naja und die ein zwei leben die ich verloren habe wieder zu bekommen die mehr zu stehen übrigens nicht unfairerweise verloren habe da würde ich jetzt machen lassen die waldanlage ich steuern ich habe vergessen habe ich das ding steuern muss darum müssen wir jetzt hin also ich war so hoch wie möglich ich konnte gar nicht höher also ja wir haben unserem potenziellen bösewicht in diesem spiel habe ich schon gefragt was er bösewicht in diesem spiel ist ich habe ich habe diesen typen schon mal gesehen so in trailern so in ganz früheren trailern glaube ich aber ich habe natürlich keine ahnung was es mit dem auf sich hatten also kontext mäßig ist es ist ein neuer schnell reisepunkt hier neue meditationspunkt macht hier ja die maximale macht zu erhöhen hat es auf jeden fall gebracht da konnte ich auch da mein licht schwert werfen hat so ein bisschen schaden getötet mehr machen ein gegner besiegt betrifft er ein blockierenden gegnerin er ebenfalls macht das klingt nicht schlecht ehrlich gesagt das klingt ehrlich gesagt es geht dauert macht zurück ein längeres festhalten wir sind hier mit ich muss ja hier diese dinge auch mal irgendwann hier hochlaufen ich bin mein schub und so erhöhen ich will diesen super starken schub hier ich habe so gefördert wird mir irgendwann sehr helfen erstmal haben wir den angriff den ich wahrscheinlich die einsetzen werde zwei drei kommsschub einen weiteren brech einzusetzen so was mehrere gegen 12 banken aber da ist einfach nur die stärke von super höhen ja da bin ich ja haben ok wo sind wir jetzt hier ist ein neues gebiet ich würde sagen hat reicht aber heute wir haben uns mit dem typen gekloppt uns geschafft den kaputt zu kloppen und ja beim nächsten mal guck mal ein ja weiter und sehen wir wird hier so abläuft und wir als nächstes machen müssen und ja alles gute zeug gut das war ja ich glaube ich sagen das war es heute ich hoffe euch hat diese folge gefallen wenn der anteil ist doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss